Sind geimpfte Menschen verloren? Impfen sich Christen, um lieber ihr eigenes Leben zu retten, als Gott zu gehorchen? Ist das ihre Hauptmotivation? Ist ihnen der Schutz des Lebens anderer egal? Wird sich zeigen, dass die Rechnung der geimpften Egoisten nicht aufgeht und ihr Leid schließlich größer sein wird als das der religiösen, gehorsamen Neinsager? Haben die superfrommen Impferweigerer recht, wenn sie ihr Verhalten mit 2.Mose 1,17 und Daniel 6,11 biblisch rechtfertigen? Töten Geimpfte die neugeborenen hebräischen Kinder Ägyptens, weil sie Gott nicht fürchten? Bekennen sie ihren Glauben nicht öffentlich aus Angst davor, sterben zu müssen, wenn sie es täten und die Spritze ablehnten? Bedeutet die Ablehnung der Impfung gläubig und gehorsam zu sein und Gott anzubeten? Bedeutet ihre Annahme Unglauben? Sind geimpfte Gläubige in Wirklichkeit keine Christen mehr, sondern in ihrem Unglauben verloren? Haben sie durch die Impfung Jesus verraten und sich dem Teufel ausgeliefert? Kann ein solcher faktischer Ausschluss aus der weltweiten Gemeinde Gottes biblisch belegt werden? Die pharisäischen Christen, die so denken, sollten besser ihre Augen senken, sich selbst auf die Brust schlagen und ausrufen, sei uns armen Sündern gnädig. Der Missionsauftrag Jesu in Matthäus 28,19 lautet, Menschen aus allen Nationen zu seinen Jüngern zu machen und sie im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes zu taufen. Um es überspitzt auszudrücken, hätte Jesus besser Folgendes sagen sollen? Frag die Menschen auf den Straßen, ob sie gegen Corona geimpft sind. Wenn sie Ja sagen, dann lass sie ziehen, denn sie sind bereits gerichtet. Wenn sie Nein sagen, dann kündet ihnen das Evangelium zur Rettung, denn es besteht für sie noch Hoffnung. Waren das die Worte Jesu? Spricht der souverän, rettende Geist des Allmächtigen auf diese Weise? Woher kommt die Lieblosigkeit der religiösen Impferweigerer?